Hi meine Lieben und Willkommen zurück zu Resident Evil 4 Fahrstuhl. Falsche Seite gelaufen, sorry. Ähm, zu Resident Evil 4 natürlich. Hier geht's weiter. Jo, beim letzten Mal haben wir diesen Typen endlich besiegt, den Salazar. Und da wartet jetzt eine schöne Frau auf Leon. Jo, gut, das war das Kapitel 4-4. Könnte ich eigentlich noch an den anderen Part ranhängen. Das ist die Insel, auf der Ashley ist. Wer willst du uns umbringen, Frau? Ich habe ein paar Sachen, die sich umgekehrt haben. Ich sehe dich später. Sag auf, wo du hinfährst, Leon. Ja, ja, sagst du so. Ja, Sadler. Ja. 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 Sieht aus. Komisch aus, wie der lacht. Okay, jetzt sind wir hier. Auf der Insel, da ist das Boot. Wie auch immer der da hochgekommen ist, aber... Spiegel. Ich glaube, ich bin da runter. Okay. Und drüber da. Wuhu. Das ist, glaube ich, der normale Weg da hinten. Ashley. Da hinten geht es nur zu einem Schatz, aber ist mir egal. Hey, lass sie los, du hässlicher, ekliger Typ. Ich muss mal kurz hier weg. Oh, shit. Wow, wow, wow. Wir machen ja kurz einen Prozess. Hinter mir ist noch einer. Du bist tot. Du bist noch da. Komm nur. Ach, du bist noch geblendet. Triff doch jetzt endlich ins Knie. Ich muss doch nachladen. Sei doch fair. Ich könnte das Ei essen. Ich esse ein Ei. So. Sonst isst hier nichts. Oh, bist du denn des Wahnsinns? Hi. Geh mal auf zu ballern. Komm, mach mir kurz. Ich kann ihn nicht anvisieren, weil ich ihn quasi nicht sehe. Kann ich die Mütze vom Kopf schießen? Ja, kann ich. Bist du schon tot? Ja. Den Magnum sei Dank. Ja, beim original aufgenommenen Part wäre es lustiger gewesen, weil da bin ich mit ihm dauernd hier um die Säule gerannt und er ist mir immer hinterher. Und das war eigentlich ziemlich lustig, aber... Ich höre doch noch irgendeinen Typen, aber ich sehe keinen. Du klangst lustig. Ich gehe mal hier hoch. Ein bisschen einen Überblick verschaffen. Da sind die Spiegel. Keine Ahnung, wie ich die drehen muss im Moment. Kommt einer hier hoch? Jo. Noch einer. Hi. Uh. Da bin ich in einen reingesprungen. Durch einen durch. Wie ist auch immer. Ja, natürlich verwandelt ihr zwei euch in so Köpfe. Komm du. Komm doch. Er lebt noch. Komm jetzt. Ups. Er lebt immer noch. Okay, ich muss hier kurz weg. Jetzt mal kurz weg. Ich bin leer. Ich bin leer. Zuerst nachladen. Dann die Waffe wechseln. nicht. Ich bin leer. Ey. Ich bin leer. Du spielst. Ich bin leer. Talentgranate mehr. Komm, die erledigen wir auf die altbekannte Weise. Ich höre irgendwann auf den Elektroschocker. So. Da oben ist noch ein Bogenschütze. Komme ich da irgendwie rauf? Ich möchte zuerst Moni einsammeln, natürlich. Wie komme ich da zu dem Typen hoch? Und wie komme ich zu dir? Weil die Kiste nicht... Ach, du kommst zu mir. Das finde ich sehr sympathisch von dir. Es war irgendwie kopflos von dir. Hm, Kraut. Oh, danke. Jetzt muss ich das mit den Spiegeln irgendwie... hinkriegen. Das ist der Empfänger, ne? Der erste Spiegel ist da oben. Das ist noch Moni für mich. Sehr gut. Jetzt muss ich hier hoch... Wo komme ich denn da hoch? Ach, da. Außenrum, ne? Ich muss noch gucken, dass ich mich nicht selbst grille. Wobei, das spielt wahrscheinlich hier keine Rolle. Keine Ahnung, wie stark der Laser ist. Wo ist jetzt der... Nächste? Nicht runter verlieren. Wo ist der Nächste? Na, hier hoch. Ich weiß nicht, ob das der Nächste ist. Scheint so. Ähm... Ja, drehen. Und schon geht das Tor auf. Cool. Kann ich jetzt da wieder runter? Hier. Leitern sind nur was für Noobs, ne? Lieber erst umwerfen und dann cool rübersteigen. Wer bedient eigentlich den Scheinwerfer? Ist der automatisch, oder was? Die Typen hier verschwinden einfach nicht. Die Großen. Weder die Kettensägentypen noch der da. Okay. Seid ihr denn verrückt? Arschlöcher. Ein Kräutchen. Kann man immer brauchen. Kann man immer brauchen. Eins Bein. Ey. Kannst du bitte vorher mal anmelden, dass du mich abknallst? Bevor du so eine Scheiße abziehst. Hier hinten ist nichts. Da wird es rauf gehen. Und hier sehe ich die eben die Kisten da. Die ich vorhin nicht mitgenommen habe, weil es sowieso egal ist. Wenn ich ja hier schon mal war. Wo ist der nächste Speicherpunkt? Hier gibt's keinen. Okay. Hi. Hier sieht alle ziemlich beängstigend aus. Das habt ihr jetzt die Augen gesehen. Und die Augen von dem Typen sahen irgendwie seltsam aus. Okay. Hier bin ich hochgekommen. Ein Smaragd. Cool. Ich glaube so einer wäre eben da unten auch noch gelegen. Den ich nicht mitgenommen habe absichtlich. Jemand zu Hause? Offenbar. Er ist durchgesprungen. Wer kommt? Äh. Hängst du fest? Der lebt noch. Den möchte ich... Ähm. Das war sehr gut, Leon. So, daneben zu kicken. Auf kürzester Distanz. Ich muss die eigentlich noch schnell durch. Weil viel weiter kann ich glaube ich nicht gekommen sein. Da rennt noch jemand. Alter. Wichser. Boah. Verdammt nochmal. Okay, das war jetzt ziemlich kacke. Das war extrem kacke. Hey. Das schaltet man eigentlich nur aus um in den Smaragd zu kommen. Hab ich das Gefühl. Seht ihr. Bringt mir ja da nix. Bringt mir so oder so nix. Außer, dass er da steht. Naja. Weg. Ja, jetzt ist da natürlich noch kein Typ oben, ne? Wenn ich hier wieder reingucken... Kommt die eigentlich von hier oder von da? Oder von überall? Ich zieh mich hier wieder in die Ecke. Warte, bis die Typen kommen. Jetzt nachladen. Da kommen sie. Ich hoffe nicht, dass einer von da kommt. Ne, da ist ne Ecke. Glaub ich. Hallo. Der mit den roten Augen sieht am schrecklichsten aus, irgendwie. Ach, du lebst noch, ja? Jetzt nicht mehr. Ist noch Kraut? War das vorhin schon da? Ja, hab ich's auf jeden Fall nicht gesehen. Was? Ist das ein Explosivfass? Ja, ist es. Das heißt, dass ich offenbar sogar brauche. Habe ich jetzt das Fass kaputt gemacht? Hier nicht. Jetzt laufe ich im Kreis. Ach, hier offenbar. Hier ist wieder der andere Typ. Hier ist doch genau aufs Bein. Och, der kommt mit dem... Okay, es trifft mich so oder so. Das wusste ich nicht. Kommt der noch mit dem Dynamit? Wollt ihr mich denn hier verarschen? Okay, der ist tot. Shit! Bist du wahnsinnig. So. Da ist offenbar ein... Das kennen wir ja schon. Das war lustig. Ja, ich wollte dich eigentlich da... Jetzt bin ich schon wieder leer. Ja. Hat wohl einer den Kopf verloren. Irgendeiner hat Dynamit nicht. Ja, der da. Oh. Die beiden haben Dynamit. Okay, da bin ich irgendwie halbwegs reingeraufen, weil ich dachte, ich hätte noch mehr Zeit. Aber sie haben sich selbst in die Luft gesprengt. Sehr gut. Und was kann ich nur noch nehmen? Gold. Ja, du kommst auch noch dran. Keine Sorge. Das war auch so ein Dynamit-Typ. Der sich hier so in die Ecke geschlichen hat. Ähm, ich möchte noch den anderen Weg kurz nehmen. Oder war das schon der andere Weg? Nee. War nicht! So. Jetzt ist aber Ruhe hier. Mal wieder. Ich heil mich mal vorerst noch nicht. Oder? Nein, tue ich nicht. Aber jetzt gleich. So. Ähm. Ich find den Ausgang nicht mehr. Da. Okay. Hier runter. Und dann geht's weiter. Prüfen. Schalter drücken. Ja. rein da. Gut. Und ich glaub ungefähr hier bin ich. Dann werde ich hier den Speicherstand beenden. Und dann sind wir uns bei meinem Original-Speicherstand wieder. Ja. Bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Tschüss. Ja. 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 Ja.